Ja, fast. Nein! Error! Geh doch da hoch, Mann! Kann sie gleichzeitig? Kann sie nicht. Vielleicht können wir da oben einen Pfeil befestigen. Ich weiß aber nicht, wie wir das machen sollen. Deprimierend. Wir müssen wieder raus. Ich hab keine Ahnung, wieso. Naja, ich hab schon eine Ahnung, wieso wir raus müssen. Aber ich weiß nicht, wie wir das aktivieren. Oder irgendwie, wie wir das da runterkriegen. Total deprimierend. Und weiter geht's. Mit der spannenden Suche nach dem Artefakt. Äh, nicht Artefakt. Nach der Sonnenscheibe. Nach der letzten... Sonnenscheibe. Inventar. Nee. Das ist schon mal... Okay. Ah, okay, das war... Ach, das war die letzte, oder wie? Keine Ahnung. Ach nee, Moment, 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 Moment. Da hinten ist die letzte. Oho, da müssen wir da überall durch. Egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir kriegen bis... Oh, schon wieder der dicke Heel. Absolut keine Lust auf... Fick die Henne. Ähm. Ich muss da mal kurz weg. Ah! In den Magen, Bitches. Komm her. Ah, was willst du? Hä? 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 Ah, nix. Okay. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ach, dass er wahrscheinlich Munition gedroppt hat. Was wäre für uns? Finden sie die zweite fehlende Sonnenscheibe. Complete. Finden sie die letzte fehlende Sonnenscheibe. Ich glaube, ich lese das jetzt immer doppelt vor. Keine Ahnung. Mal schauen. Hoppala. Wo ist deine Kugel rein? Oder wo ist die Kugel da, da? Moment, das probiere ich. Da ist ein roter Kopf. Hoppala. Nö. Aber guckt mal, da ist ein roter Kopf. Ich möchte einen roten Kopf. War das ein Dicker? Ne. Wobei, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht kommt da noch mal ein... Oh ja, genau. In den Arsch! In den Arsch! Ist er tot? Nein. Das sieht... Okay, doch ist er. Nein, doch nicht. Er ist nur hingefahren. Okay. Nicht schon wieder die Teile! Die sind so schwierig. So. Aber man hat dich zwar bekommen, hätte dich aber lieber abgegeben. Ich mag die Dinger nicht. Die verfolgen mich. Genau deswegen. Okay. Da kommt schon. Aha. Ah! Nicht schon wieder der Dicke! Geh weg! Bitte! Geh weg! Halleluja. Was ist denn jetzt? Hört es denn irgendwann auf? Was? Überqueren sie den Fluss, ohne das Wasser zu berühren. Wie soll ich... Ne. Wie soll... Ich habe das Wasser nicht berührt. Sie sollen das gehen. Ganz ehrlich. Außerdem habe ich mir ja schon... Oh. Oh, oh. Ah! Oh my goodness! Nein! Puh. Okay, ich glaube, auf dem Weg kommen wir nicht mehr zurück. Ich muss die Trucks sprengen. Da unten steht's. Zerstören sie alle Trucks. Könnt mir hier nicht sagen, dass ich nur Randale mache. Ja, das natürlich auch, aber... Oh, der Dicke. Guck mal. Im Kopf. Hoppala. Das war ein Kontrollpunkt. What the fuck? Ah, wo hinten ist was. Okay. Moment, das mache ich jetzt nur zwei hinten. Ich möchte nicht gegen diese Nägel laufen. Ah! Klar! Und welchen davon soll ich nehmen? Okay. Ah! Toll. Wir haben hier nur zwei Kugeln, ne? Das ist, äh... Ja. Ihr wisst schon. Doof und so. Ja, Lara. Fast. Ja, nee. So. Guck mal. Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir... Ich glaube, wir nehmen das da. Nee. Das geht. Wir schieben die Kugel davor. Ah, ja. Okay, das geht. Ich glaube, das geht. Das geht. Okay. Okay. So. Oder? Was passiert, wenn wir die Kugel hier wegtun? Dann geht's nicht. Wir können jetzt hier mal durchlaufen. Ja, aber dann kommen wir nicht mehr raus. Rein kommen wir, aber raus nicht. Das wäre doch wirklich ungünstig. Ja, aber ich komme ja dann da zurück, oder nicht? Ich habe Angst, dass ich erstochen werde. Okay. Okay, wir probieren es jetzt einfach hier, okay? Okay. Okay, geht doch. Okay. Hat auch was. Äh. Das heißt, wir haben die anderen nicht gemeistert, wenn die da nicht leuchten? Heißt es das? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Okay. So können wir nicht zurück. Dann sollten wir so rumgehen. Ich wollte gerade sagen, was ist da jetzt der Kier da dran? Eier. Was? Benutzen sie ihre Bomben, um Objekte in der Spielwelt zu bewegen. Drücken sie Verstell, um eine Bombe zu deponieren. Und zünden sie diese anschließend ebenfalls mit Verstell. Was? Tempelgelände. Munitionslager entdeckt. Munitionslager füllen ihre Munitionsreserven wieder auf. Diese von Vaskos Truppen zurückgelassenen Munitionskisten sind über das ganze Gebiet verstreut. Okay. Find ich das nicht. Vielleicht muss ich... Echt. Ah. Ah. Nee, oder? I don't know. Maybe. Okay, let's try it. Nee. Aha. Aha. Like a boss. Wer kann, der kann. Finden sie die fehlende... Nee, Moment. Finden sie die letzte fehlende Sonnenscheibe. Complete. Bringen sie die Sonnenscheiben zur Spinnengruft. Sienna. Warum nicht? Hat so ein schönes Geräusch. Ha-ha. War klar. Ah. Ah. Dicker. Ah. Ah. Äh, Leute. Da geht's nicht weiter. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Da hinten. Ich glaub... Aua. Ah. Springt auch nicht direkt darauf zu, Lara. Mensch. Alter. Ich glaub, da bin ich letztes Mal hängen geblieben. Und zwar bin ich hier hin und... Ja. Das war, glaub ich, das, oder? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Schön. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Das ist auf jeden Fall neu für mich. Soll ich da drüber kommen? Die Tossi kann ja jetzt nicht gerade eine Raw Run machen, wa? Okay. So geht's nicht. Also so geht's nicht. Ihr lernt auch bei mir, wie es nicht geht. Wer soll ich da drüber? Ach, bestimmt mit... Dem da. Aha. Guck mal. So bestimmt. Ah, ja. Wer kann, der kann, Leute. Wer kann, der kann. Zerstören sie alle Trucks. Complete. What the fuck? Nicht schon wieder Aua Okay Nein Das war dumm Nein War da nicht noch einer? Nein Okay Okay, dann nicht Nochmal Nochmal Sieht so hübsch aus Ah, hinter mir Sag doch was Nein Puh, okay Actionreich Das Ganze Der bugt da irgendwie fest So sieht's aus Da hat noch was geglitzert Moment Oh Jetzt aber Da Geh weg Geh weg Da Hat er jetzt eher weniger Gebracht Tja Schon wieder so'n Scheiß Okay Okay Diesmal Kennen wir diesen Trick hier Ne, der war vielleicht doof, oder? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob der doof war Ich glaub ja Naja, was soll's Ab durch die Mitte Ne, einfach hier durch Ah Achso, okay Oh, cool Da sind wir Da sind wir So kommen wir da also durch Sieh einer an, du Sieh einer an Aha Jetzt sind wir da schneller Kurz entfernen drücken Warum ist das da so? Ach, weil wir da nicht mehr durchgehen Okay Ach, so sind wir jetzt Aha Aha Ah So sind wir jetzt zurückgekommen Siehste Ich kann doch was Außer nur trinken Aufnehmen Furzen Atmen Essen Und so weiter Und so fort Rübsen Rübsen Ich kann pfeifen Aber ich kann immer noch nicht pfeifen Wofür sind diese Kugeln? Schade, dass wir es nicht einsetzen mussten Wäre viel spannender gewesen Oh Gott Lass mich warten Das sind alle Spinnen Äh, ne Ich mag die hier haben Dankeschön Ich hasse Spinnen Oh Gott Aua Nicht schon wieder die Mama wollte dich nicht Und ich auch nicht Ha 25 Minuten 34 Oh, ich werde einiges zum schnippeln haben Ach, das heißt, dass wir das gemacht haben Ah, das ist ja gut Zerstören Sie alle Trucks Finden und besiegen Sie die Den Riesen-Echsen-Dämonen Ne, haben wir nicht Überqueren Sie den Fluss Ohne das Wasser zu bringen Wie soll man das machen? Öffnen Sie die Spinnen-Gruft in maximal 5 Minuten Goldäule Sammeln Sie Ach, ich weiß, wie wir das hätten machen müssen Sammeln Sie 10 rote Schädel Ja, okay, haben wir auch nicht Dann geht's weiter Wuhu Oder auch nicht, wuhu Ich sehe schon, wir werden vielen Spinnen begegnen Und ich sehe schon, dass wir uns nicht freuen werden Und wie es weitergeht, sehen wir entweder in der nächsten Folge oder in dieser Das werden wir allerdings noch schauen Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder Bis dann Tschüss